Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape S2 mit mir, Twanke und meinem Knastbruder hier. Hast du direkt Streit angefangen? Junge, die Folge ging keine zwei Minuten und du fängst schon den Riesenstreit an. Du bist tot, Junge. Bleib unten. Den nehm ich mit. Frühstückszeit, aber ich will ehrlich gesagt gucken. Ey, ich kann in die eine Zelle nicht rein. Ah, nee, doch, ich hab's nicht gefunden. In jeder Zelle sind zwei Pulte. Ja, was ist unser Ziel heute? Wir sind im Wilden Westen. Wir wollen natürlich ausbrechen. Die Cowboys, die wollen das verhindern. Oh, ich hab einen Sheriffster gefunden. Bist du jetzt nicht schlecht? Nein, ich hab aber wirklich einen Sheriffstern bei mir drin. Und ich hab, äh, wie es sich gehört, auch schon direkt eine Pfeile und Klebeband. Also wir können uns irgendwann rausschneiden. Wer macht denn das überhaupt Spaß? Ich nicht. Äh, scheiße, ich komm zu spät zum Frühstück! Toiletten nehmen. Das wollte ich. Ich schaff's nicht zum Frühstück. Ich hab Frühstück verpasst. Ich glaub übrigens, dass wir hier keine roten Gegenstände durch diese Metalldecktuchen hier schmuggeln dürfen. Ich glaub, dafür kriegen wir den Arsch aufgerissen. Und ich hab übrigens rausgefunden, wie wir jetzt endlich einen Job kriegen können. Und wie? Auf der Jobliste steht, welche Jobs schon vergeben sind. Wenn man dann A drauf drückt, dann kann man sehen, wer den Job hat. Okay. Paluten hat diesen Job. Palle ist dabei. Wusste ich nicht. Ja, und den müssen wir einfach verprügeln, damit er zu seinem Job nicht kommt. Wo ist Palle? Palle! Wo bist du? Ich will dich verprügeln. Wo ist die Jobliste? Ich such gerade Paluten. Ich muss Paluten verprügeln. Ich hab Pauline. Ich hab Chuck. Jules. Hier ist Paluten. Wo ist Palle? Verprügel ihn. Er muss K.O. gehen. Er darf seinen Job nicht erfüllen. Ist tot. Ja, klau ihm nach Möglichkeit auch seine Sachen. Vielleicht hat er was Nüssiges. Kann ich als Tee nehmen? Die verprügeln Paluten. Ach, der war direkt neben mir? Und ich suche den die ganze Zeit auf der Karte. Ah, danke. Den werde ich noch brauchen. Wo ist denn das? Ja, hier ist die Jobbörse. Auch da ist die Dichte. Ja, der kriegt den Job jetzt weggenommen, wenn er das nicht abfüllt. Also, wenn er seinen Zeug nicht macht. Da ist Palle! Ich muss Palle verprügeln. Palle, komm hier! Okay, wo ist Arbeit? Können wir uns nicht vertragen? Nein, Paluten! Paluten, komm hier! Palle läuft nur von mir weg, ne? Hau ihn! Ich hab Palle. Ich muss Alex verprügelt. Ich hab Palle verprügelt. Der ist die ganze Zeit nur von mir geflüchtet. Jetzt muss ich nur die Anforderungen erfüllen. Ich hab keine Ausdauer, naja, was soll denn? Ich muss Sport treiben. Ah, passt. Wir müssen jetzt eh Sport machen. Ich brauch Power. Dann kann ich meinen Job... Oh, das ist ja viel besser als das, was wir davor hatten. Jetzt müssen wir nur zum richtigen Zeitpunkt Knöpfchen drücken. Ich brauch erst mal ein bisschen hier wieder Energie. Hä? Ach, fuck! Ich bin mit nem roten Gegenstand durchgelaufen. Scheiße! Flucht! Hilfe! Iwoll mich! Ich bin geil! Ach nee, warte draußen, werd ich ja gesnipet! Obwohl, die können mich verprügeln, ich hab eh nix wertvolles Geil mehr. Sanitäter. Nimm mich mit. Geh mal irgendwo nen Zettel suchen, damit wir wissen, wo wir raus können. Irgendwo wird was hängen. So ein Infoding. Ach, ich glaub, ich hab den so gefunden. Handeln. Oh, hier sind Instrumente. Kollege, komm mal zu mir, wir müssen ein Lied spielen. Ich an den Bongus. Komm zu mir. Das darfst du nicht verpassen. Wo bist du denn? Ah, varte, ich muss erst zum Mittagessen. So. Komm, geh an die Geige oder sonst was. Was man richtig geil hört. Ey, guck mal, ich spiele noch richtig geiles Lied. Was, mal, ich hab ja auch noch irgendwann mal ne Bongo liegen. Ich hab ja echt ne Bongo, ne? Oder das ist zumindest so ein kleines. Äh, ja, Appell. Ihr verpasst sich wahrscheinlich schon wieder. Nur weil ich grad eben verprügelt wurde. Ich hab auch nicht full life, aber ich hab fulle Energie, das reicht. Die finden uns da unten doch eh nicht. Ich guck jetzt einfach mal, wie weit ich mit dem Allzweckwerkzeug komm. Arbeitszeit. Scheiß drauf. Boah, wieso werde ich jetzt schon wieder verdächtigt? Scheiße, komm zu mir. Du musst das einsammeln. Das dürfen wir nicht verlieren. Haps. Das ist ultra wichtig, das Teil. Ohne das können wir nicht gewinnen. Wenn wir das verlieren, haben wir alles verkackt. Dann können wir eigentlich das Teil komplett nochmal neu machen. Weil ich hab das Gefühl, dass man einfach keine Kleberbänder finden kann. Geh einfach schon mal zu dem Tor, wo wir gerade hinwollten. Okay. Ich komm direkt nach. Weil ich bin ja recht in der Nähe. Das Problem ist ja noch überall Runde rum. Wir müssen eigentlich bis morgen warten. Mach auf. Wir sind überall wachen. Dann brauchen wir das Teil wenigstens das versteckte Pult. Das dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Wenn wir das verliehen, ist alles verloren. Müssen wir morgen machen, ganz ehrlich. Weil jetzt schaffen wir das nicht. Das schaffen wir nicht. Da sind wir durch. Dafür sind wir einfach viel krachsam. Das wird sich auch nicht abregen. Das bleibt so. Nee, nee, das regt die ganze Zeit ab. Oh, der läuft weg. Wo ist denn ich? Der hat sich jetzt so gut. Der hat es nicht mehr. Aber der hat einen Pümpel. Das ist eine Waffe. Da, bitte. Ich hab den einfach mit einem Farbpinsel verprügelt. Ja, komm. Halt da hinten auf. Ich gehöre. Ich hole das als Eckwerkzeug. Und die Spitzhacke. Wir versuchen es. Wenn du sagst, das ist immer noch das. Ich muss einen längeren Weg laufen als du. Ja. Wenn der nächste ist, dann jetzt auch. Dann rennen wir durch. Und hoffen, dass sie uns nicht sehen. die Woche verzieht sich gerade Halt auf Kommt gerade Durch mit dir Kommt Ich glaub wir unten finden uns die eh nicht So ich prügel uns raus Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheißladen hier Das verbraucht sich auch so gut wie gar nicht Die Frage ist wo muss ich uns hochgraben? Einfach so weit wie möglich rechts oder? Würde ich jetzt auch sagen Ja nehmen sie Ich bin zu müde Das Hut hat Die Erde die kann man nutzen Aber wofür? Die kann man für irgendwas benutzen Ja die werden uns jetzt eh wieder suchen Aber ich denke mal dass wir uns hier unten nicht finden Ausgang 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 Endlich Oh Das war scheiße noch eins Komm hier zurück du Niemals Boah Leute Wir haben jetzt locker über eine Stunde gebraucht hierfür Ja sie grad mit dem Pferd Du kommst zur Vorzucht Jungen Lauf doch einfach Aber Leute wir haben wirklich eine Stunde gebraucht Wir haben jetzt beide keinen Bock mehr Okay Jetzt ist er down Ziel erfüllt Und da guckt noch der Sanitäter Leute echt keinen Bock mehr Ach Das war anstrengend Das können wir jetzt unten nochmal sehen Wie lange wir gebraucht haben Okay Da 17 Ja also wir haben vier Tage gebraucht Wieso ist das noch B? Wir haben so lange gebraucht Wieso ist das B? Wahrscheinlich eben bei mir so lange gebraucht Ja Leute für heute Ich habe keinen Bock mehr Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Abo da Lasst ein Like da Ich bin jetzt weg Ciao